Die sind hinausgegangen, haben geredet und die haben alle sie in ihren Sprachen gehört. Und der Heilige Geist hat gewirkt, 3000 kamen dazu. Wir hören sie alle in den Sprachen reden. Da hat es Gott mal gezeigt in einem Kleinen, dass sie es so gemacht hat. Ich habe mich so gewundert, dass die das so gesagt hat. Da habe ich sogar in einer anderen Sprache noch gepredigt, gell. Aber wirklich in meiner, aber Gott hat es sofort übersetzt. Zack, so wird es gemacht. Seht ihr, dass das Evangelium weitergeht und das ist das Pfingstereignis. Was immer wieder anders dargestellt wird, wenn dieses Feuer mal herunterkommt. Und sie sind da in den Ding gestanden, wirklich im Gebet. Macht mal nichts, geht nur ins Gebet. Jetzt sind wir in dieser Pfingstnovene, wo wir beten, damit wir nachher dieses Zeugnis geben können. Denn wenn die Liebe da ist, fürchtet sie sich nicht. Sie geht hin und bekennt. Das brauchen wir. Wir sind manchmal Angsthasen geworden und tun uns nicht mehr bekennen. Wir brauchen diese Liebe des Heiligen Geistes, der kommen will. Ganz in uns hinein. So wie auch der Vater kommt im Heiligen Geist mit Jesus. Denn der, der mich liebt, wird mein Vater und ich kommen und wir werden bei ihm Wohnung nehmen. Aber der Heilige Geist wird auch Wohnung nehmen. in dir. In dir. Damit wir aus einem Angsthasenzustand, einem Zustand, wo wir uns fürchten, freimütig werden. Wir bekennen das Evangelium. Wir bekennen die Wahrheit. Sei es gelegen oder ungelegen. Wir stehen einfach hin und sprechen von dem, was uns beseelt. Wir sprechen das Evangelium. Das alle Menschen rettet, die es hören. Und Gott bewirkt durch das, dass so viele hinzugewonnen werden. Das müssen wir wieder tun. Durch KTV. Durch Radio Horeb. Durch Bibel TV oder sonst irgendwas. Durch alle Äder muss diese Botschaft kommen. Und das, was von den Dächern, das was im Geheimen gesprochen wird, muss von den Dächern, von den Satellitenschüsseln, muss es ausgestrahlt werden, überall hin, dass der Sauerteig des Evangeliums den ganzen Teig der Welt durchsäuert und alle den Glauben annehmen können. Oder brauchen wir diese Kraft des Heiligen Geistes? Glaubt ihr, dass ein Missionar hinausgeht in ein fremdes Land nach China und sagt, ich gehe hinaus ohne diese Kraft des Heiligen Geistes? Kriegt ein Bekenner den Mund auf ohne diese Kraft des Heiligen Geistes, dass er das Evangelium verkündet? Könnte ich ein Wort sagen ohne diesen Heiligen Geist, wenn ich jetzt da stundenlang rede und immer wieder Vorträge mache? Könnte ich ein Wort sagen ohne diesen Heiligen Geist? Nichts könnte ich sagen. Könnte eine Mutter den Kindern das Evangelium erklären auf mundgerechte und mütterliche und kindliche Weise, ohne dass der Heilige Geist dann in dir wirkt und du dich klein machst wie ein kleines Kind und auf diese Ebene des Kindes gehst und so spricht nach Kindesart? Könntest du ohne diesen Heiligen Geist an deinem Arbeitsplatz gehen und Zeugnis geben von der Wahrheit? Oder dass du am Tisch sitzt, beim Mittagstisch und sagst, und ich bete im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und segne das Essen. Wo wir uns manchmal schämen es zu tun, ein Kreuzzeichen zu machen. Ohne das. Könnten wir ohne den Heiligen Geist Vaterunser sagen? Aber Vater. Nichts könnten wir, wenn dieser Geist uns nicht beseelt. Könnten wir ohne den Heiligen Geist irgendetwas verstehen, was vom Evangelium kommt? Wir könnten es nicht. Würde ohne den Heiligen Geist sich einer hingeben und sein Leben hingeben als Zeugnis für Christus. Wie so viel passiert jetzt leider, wo sie umgebracht werden, manchmal sogar gekreuzigt werden, um ihres Glaubens willen, ohne diese Kraft des Heiligen Geistes, die wir brauchen. Könnte ein Thomas Morus oder ein Pfarrer von Ass, ein Märtyrer des Beichtstuhls, da drin aushalten bis zu 16 Stunden, beichtet zu ihren Tag für Tag und in der Liebe durchhalten und nicht ausrasten, wenn er diesen Geist nicht hätte, des Heiligen Geistes? Könnten die Heiligen, die verrückte Sachen gemacht haben, nur alles für den Herrn? Könnten sie es tun ohne den Heiligen Geist? Seht ihr, wo der Geist überall wirkt? Das müssen wir ganz klar anerkennen. Dieser Geist ist die Geburtsstunde der Kirche. Sie muss beten und in dieses Zünagel hineingehen, um diesen Geist zu empfangen und dann bist du frei, hinauszugehen. Vorher kannst du es nicht. Wir müssen also in diesem Geiste getauft werden und ganz durchdrungen werden, um überhaupt Zeuge, um fähig zu sein, hinauszugehen, um Menschen zu fischen. Auch Petrus und die Jünger, sie müssen diesen Geist empfangen. Ohne diesen Geist können wir nichts tun. Ohne die Liebe Gottes können wir gar nichts tun. Seht ihr? Und das kann ich mir vorstellen, wie das herabgekommen hat und wie das gezündet hat in den Jüngern. Ohne den Jüngerinnen, den Frauen ist ja die ganze Kirche versammelt. Und da beginnt er mit zwölf und bekehrt den ganzen Erdball. Und das hört nicht auf. Das ist doch ein Beweis für den Heiligen Geist. Was hat diese Leute angetrieben? Was hat ein Paulus angetrieben, weiterzugehen? Der ein paar Mal gesteinigt wurde, den sie umbringen wollten, den sie geschlagen haben, gegeißelt haben. Und er geht einfach weiter. Und im Heiligen Geist wurde ihm gezeigt, was er alles leiden wird für das Reich Gottes. Aber er hat am Ende gesagt, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, das Werk vollbracht, der Siegespreis liegt mir bereit. Ich habe in dieser Liebe gekämpft. Manchmal sagt er, ich habe mehr gearbeitet wie ihr. Nein, 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 nein. Die Gnade Gottes durch mich. Ich würde sagen, die Liebe Gottes in ihm hat mehr gearbeitet wie die anderen Apostel. Weil die Liebe Gottes drängt uns, dass wir für ihn arbeiten. Wenn diese Kraft herabkommt, und die brauchen wir alle des Heiligen Geistes, das auf uns kommt und uns ganz, ganz tief erfüllt. Also wenn Paulus dann, wie es auch hier im Bild ausgedrückt ist, einfach steht und verkündet, und es kommen Tausende dazu, und er trifft sie mitten ins Herz. Wenn dieser Geist einmal, wie ich es auch so erlebt habe, ich sage es euch, als ich in der Medjugorje, das erste Ereignis war in der Schweiz, da habe ich auch Exerzitien haben dürfen, und dann auf einmal, wir haben gesungen, gebetet, Vorträge gehalten, und auf einmal kam der Heilige Geist wie in einem kleinen Pfingsten. Wirklich passiert. Dann hat sich wie über den ganzen Saal etwas eröffnet, und es ist wie von Küppeln, wie in einem Strom herabgekommen, und hat alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Dann sind die Alten aufgesprungen und haben angefangen zu jubeln und Lobpreis zu machen. Die haben ihre Hände nicht mehr unten gehabt, die haben begonnen in Sprachen zu beten, wie es da geschehen ist. Dann sind die Verantwortlichen zu mir gekommen und haben gesagt, Herr Pfarrer, was ist denn da geschehen? Ich bin dann vorne gesessen und habe gesagt, wunderbar, Heiliger Geist, endlich hast du jetzt mal gepredigt, jetzt kann ich aufhören. Das ist mir so gegangen. Also wirklich, ich habe mich so gefreut, dass er sagt, jetzt hast du die Predigt gemacht. Und die waren so erfüllt vom Heiligen Geist. Wie auch ein Blinder zum Beispiel auf den Exerzitien dann gekommen ist und hat gesagt, bei der Geistausgießung, wo wir gebetet haben, dass diese Liebe hineinkommt in sie, hat er mir extra angerufen und hat gesagt, es hat gestimmt. Ich habe eine solche Liebe jetzt in mir. Stellen Sie sich vor, Herr Pfarrer, was ich jetzt mache. Ich habe mich vorher immer gefürchtet und war viel, viel zu ängstlich. Jetzt bete ich als Blinder vor dem Gottesdienst am Sonntag in der Kirche das Stundengebet ganz laut aus meinem Buch in Blindenschrift und die Leute hören mir alle zu. Jetzt kann ich es. Es brennt in mir so, dass ich dieses Zeugnis geben kann. Danke, dass Sie es gemacht haben, dass Sie für uns gebetet haben, um diesen Geist in mich hineinzulassen. Er ist immer noch da und er brennt. Er brennt in mir, dieser Geist. Ein blindes Zeugnis von einem Blinden, der so berührt wurde, der vielleicht gar nichts gesehen hat, nur die Worte gehört und hat geglaubt, wie ein Kind, dass dieser Heilige Geist in uns hineingekommen ist. Ich habe selber auch erfahren, weiter ganz, ganz viele Dinge erlebt durch den Heiligen Geist, wo ich mal in Medjugorje, ich glaube, wie viel, 40 Stunden im Beichtstuhl war und ich war total kaputt. Also so kaputt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Einfach nur gedient, den Beichtstuhl und Beichte gehört, eine ganze Woche lang. Jeden Tag, meist 10 Stunden. Und dann sind wir heimgefahren und wir haben anfangen zu singen. Und wir haben gesungen und dann wieder Zeugnisse gegeben und auf einmal wurde genau in gleicher Weise der ganze Bus im Heiligen Geist getauft, in dieser Liebe getauft, versteht ihr? Als Dankeschön, dass wir da waren, hat Gott dieses Wunder gewirkt. Wisst ihr, was mit mir passiert ist? Also das war das Größte, was ich erlebt habe. Erstens, habe ich mich gefühlt, nachdem, in einem Moment, wie ich zwei Wochen Urlaub gehabt habe, ich habe jeden umarmen können, ich habe nichts mehr zwischendrin gehabt, was mich gestört hat, zum anderen. Jeder war einfach nur ein wunderbarer Mensch. Ich hätte ihn umarmen können, abküssen können und sagen, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du da bist. Und so war das ganz tief drinnen. Und der ganze Bus wurde so getauft. Also erfüllt, durchdrungen, durchflutet von dieser Liebe Gottes. Ich habe es erlebt, genauso mit Jugendlichen. Dann sind sie so getauft worden. Und wisst ihr, was die Jugendlichen gesagt haben? Die waren ganz schüchtern. Bei der Hinfahrt, da waren sie ganz schüchtern. Und sie sagten, oh, Herr Pfarrer und so weiter. Und dann, als sie in dem Geist getauft wurden, das war gewaltig, sind die im Terminal, wo wir zurückgeflogen sind, mitten unter den Leuten, wir haben Cappuccino getrunken, sind sie aufgestanden, wir müssen Lobpreisingen. Und dann sagte ich, hier, hier, ja, hier. Und die fangen an. Und die Leute werden alle angesteckt. Die haben halber mitgemacht. Und dann sagen die gleichen Jugendlichen, also wirklich, das waren so richtig schüchterne Jugendlichen. Die hat der Heilige Geist so verwandelt, wie, das kann ich mir richtig vorstellen, wie dieser Apostel, der hat hier einen Vordermann gebracht. Und auch mich. Aber dann ist es mir noch zu weit geworden. Da war es mir zu viel. Als sie dann noch im Flugzeug angefangen haben, habe ich sie, vorne bin ich gesessen im Flugzeug, auf einmal höre ich, die machen Lobpreis dahinten im Flugzeug. Und haben voll gesungen und die Leute mitgerissen. Die Jugendlichen. Ich sag's euch, das ist so gewaltig. Wir haben es auch mal erlebt. Noch einmal. Ich habe schon so viele Geisttaufen, verstehst du, wenn du jetzt von Taufe sprechen kannst, diese Erfüllung des Geistes erlebt. Was da geschehen ist, da haben wir stundenlang, drei Stunden Lobpreis gemacht im Bus. Erfüllt. Tagelang erfüllt. Mit dieser Liebe. Und da tust du etwas. Das reißt dich mit. Und unsere Kirche braucht das, versteht ihr? Die braucht das, was da schon geschehen ist, wo wirklich aus Angsthasen Bekenner geworden sind. Das habe ich bei den Jugendlichen gesehen. Da ist mir echt fast zu weit geworden, was die machen. Aber da habe ich auch was dazu lernen müssen. Ich habe gesagt, dem Heiligen Geist darf ich keine Grenzen setzen. Dann haben die wahrscheinlich, sind die noch offener gewesen wie ich. Ja, ist wirklich so. Was ist der Heilige Geist, wenn er kommt, wenn du ihn reinlässt. Ich habe es mal erlebt, auch in Marienfried. Da haben wir an einem Abend Geistausgießung gemacht. Und dann kam der Heilige Geist so herab. Dann sind die nicht mehr aus der Kapelle. Die waren eine Stunde gesessen. Ich habe gesagt, jetzt müsst ihr doch mal endlich gehen. Die sind gerade geblieben. Die haben gebetet, in einer Innerlichkeit, in einer Kraft. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war so tief. Da habe ich diese Geisterfahrung gemacht, versteht ihr, von der auch Benedikt genau spricht, der Papst, unser guter Papst. Dass wir getauft werden, neu getauft werden, dass wieder ein neues, kleines Pfingsten über uns kommt, wie ich es jetzt erlebt habe. Wisst ihr, um halb zwei haben wir begonnen, zu verkünden, haben dann immer wieder Vorträge gemacht. Um halb sechs musste ich sagen, jetzt müssen wir essen gehen. Die wollten gar nicht mehr essen. Die haben das Essen noch vergessen. Die sind nur noch erfüllt gewesen vom Heiligen Geist. Ich habe es auch mal erlebt, wo jemand richtig tief berührt wurde, auch von dem Heiligen Geist. Das ist auch so eine Geiststaufe, eine Erfüllung des Geistes, dass der Geist auf uns herabkommt. Und die ganze Apostelgeschichte, könnt ihr durchlesen, dass das ständig geschieht. Sogar bei Heiden, das ist auch passiert. Durfte ich erfahren, dann ruft mal jemand an, bei mir im Pfarrhaus und sagt, Herr Pfarrer will getauft werden. Und ich sage, ja, das machen eigentlich nicht die kleinen Kinder. Wie alt sind Sie denn? Ja, 19. Ja, wie kommen Sie dazu, dass Sie getauft werden wollen? Ja, wir haben uns da, ich bin da bei einem Anlass gewesen, bei Ihnen, da haben Sie so ein Heilungsgebetsnachmittag gehabt und da haben Sie uns die Hände aufgelegt. Und darin wurde ich so vom Heiligen Geist erfüllt, dass ich tagelang, und sie war Hinduistin, tagelang die Liebe Gottes verspürt habe und es ist nicht mehr weggegangen. Und jetzt weiß ich, dass es ihn gibt. Ich will getauft werden. Dann ist sie gekommen, die 19-Jährige, und hat brav alles gelernt. Und mein Bischof hat ihr Erlaubnis gegeben, ich durfte es machen. Und dann hat er sie getauft in der Privatkapelle. Sie hat ein weißes Gewand anbekommen, das war grandios. Seht ihr, wenn der Heilige Geist mal kommt, dann dreht er den Menschen um. Wenn die Liebe Gottes mal kommt, der darf ruhig auf die Andersgläubigen herabkommen, der darf auf die ganzen Flüchtlinge herabkommen, die dürfen keine Angst haben. Gott hat Größeres vor, dass wir nur noch Angst schüren gegen die Flüchtlinge, gegen die Muslime. Der kann alle erwischen, wenn der mal kommt und Landung ansetzt, oder? Wie es bei Joel heißt, Heiliger Geist wird über dich kommen und alles Fleisch wird mit Heiligem Geist erfüllt werden. Die Söhne und die Mäckte und die Knechte werden prophetisch reden. Der Heilige Geist wird über alle kommen. Das kann ich mir so richtig vorstellen. Das war am Anfang. Aber das fehlt noch für die ganze Kirche. Es ist angekündigt bei Joel, dass dieser Geist kommen wird. Wenn du das mal erlebst, wenn diese Kraft kommt und wenn er mal beginnt zu predigen mit seiner Liebe und die Menschen mehr